Ja hallo, ich möchte dir mal eine neue Funktion vom SEO Dashboard vorstellen, die ich selber lange vermisst habe und nachdem ich mir das ganze jetzt in den letzten Wochen mehrmals selber zusammen klicken musste, habe ich es einfach ins SEO Dashboard übernommen. Es geht darum, dass man ja in der Search Console sich durchaus die aktuellen Rankings ansehen kann, allerdings eben über das SEO Dashboard nicht so ohne weiteres dahin kommt und diese Funktion habe ich jetzt eingebaut und die möchte ich dir ganz gerne vorstellen. Ja, ich schaue zuallererst mal in den alten Workflow rein, damit ihr mal wisst, was ich eigentlich meine und zwar im SEO Dashboard gibt es ja hier ganz oben bei der Google Search Console die Suchanfragen für entweder für den Hostname oder eben für die exakte URL, auf der ich mich gerade aufhalte und ich habe ja in der Vergangenheit das hochgesetzt auf 90 Tage. Das hat aber einen Nachteil, nämlich wenn ich das auf 90 Tage setze, habe ich die Durchschnittsposition, die durchschnittliche Position dieser URL beziehungsweise zu dem jeweiligen Keyword eben auf Basis der 90 Tage. Das heißt, wenn ich eine Verbesserung meines Rankings bekommen habe, konnte ich das unter Umständen in diesem Report gar nicht sehen. Ich zeige dir das mal im Detail. Öffnen das jetzt hier mal und dann sehen wir jetzt hier eben die Startseite von technicalseo.de in den letzten 90 Tagen und dann sehen wir hier natürlich eine Position von durchschnittlich Platz 35. Das wäre ziemlich schade und da ich sehr viel investiert habe in der letzten Zeit, dann Zeit und dann Geld, wäre ich mit Platz 35 natürlich nicht wirklich zufrieden. Aber jetzt schauen wir uns das mal im Detail an, wie das eigentlich aussieht. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück und öffnen jetzt mal die neue Routine im SEO Dashboard, nämlich die aktuellen Rankings. Die aktuellen Rankings, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, in der Search Console habe ich ja immer zwei Tage rückwirkend die Daten. Das heißt, ich habe sie natürlich nicht tagesaktuell, allerdings eben so aktuell, wie es eben irgendwie nur geht in der Search Console. Und diese kannst du jetzt eben über diese Routine aufrufen. So, ich klicke jetzt hier mal drauf. Auch hier ist wichtig, ich habe immer die exakte URL, weil das macht wenig Sinn, hier ein Hostname zu separieren, weil wenn ich auf der Startseite bin, bekomme ich eben die entsprechenden Rankings für die Startseite angezeigt, auf den Tag genau. Und deswegen habe ich das hier einfach nur auf exakte URL gemacht. So, jetzt klicke ich mal drauf und jetzt sehen wir hier auch schon, Zeitraum ist, wie gesagt, der letztmögliche Zeitraum, der eben geht, nämlich heute vor zwei Tagen, der 14. November. Und hier sehen wir jetzt nämlich die entsprechenden Rankings und dann sehen wir hier auch Position 2,6. Das heißt, es entspricht auch mehr oder weniger dem aktuellen Stand, wie mein Ranking gerade ist und nicht mehr wie in dem vorherigen Report die Platzposition durchschnittlich 35. Weil, wie ich schon sagte, das ist ja irreführend und stimmt vor allem nicht. Und hier habe ich jetzt eben entsprechend genau das Ranking, was ich eben gut gemacht habe in den letzten 90 Tagen. Ja, du kannst jetzt diesen Report nutzen auf jeder URL, wo du eben gerade hin möchtest und kannst damit deine aktuellen Rankings abfassen. Wenn dir das Video gefallen hat und vor allem das SEO-Dashboard, dann freue ich mich natürlich, wenn du es installiert hast. Sofern du es noch nicht hast, solltest du es tun. Und ja, von den Videos gibt es jetzt in Zukunft mehr. Und ja, freue mich auf dein Feedback und wenn dir irgendwas fehlt im SEO-Dashboard, lass es mich wissen. Danke. Ciao.